Was, schon 20 nach 11? Erstes Musikvideo auf die Beine zu stellen, zu allzu menschlich, hier sind wir jetzt gerade beim Schnitt, bei Frame BBQ und damit euch die Zeit des Wartens nicht allzu lange wird, gibt's jetzt schon mal ein paar Anpassionen. Moin! Den Rest gibt's in ein paar Tagen, das war's erstmal von uns, wir schneiden das Ding jetzt fertig.